Oh ja, wir sind alle ineinander. Okay. Herein. Herein. Action! Ich denke, du bist im Container mit deinem... Das war gut. Das war gut, Leute. Ja, das war gut. Ich denke, wir kriegen einen hohen Angeln und wir sind fertig, okay? Ja. Okay, wie viel? Äh, ein bisschen mehr. Dieses Spiel hat stark und schreckliche Spiele. Alex, eigentlich ein bisschen der Herr. Wir sind schon... Junge, hab ich mich erschrocken. Was soll das? Warum ist denn jemand gewesen, Mann? Das ist gewollt. Alter. Wird ich jetzt instant geprankt? Oh, Ben, der ist tot. Bro, ich war doch in den Settings. Was soll das? Das erste Level ist immer Basic, das kennt man ja. Okay, jetzt habe ich die I found. Ja. Kann man jetzt wieder spawnen? Vielleicht spawnen die auch wieder. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, ja. Hier kannst du rechts, du kannst da an dem Dings gleiten. Am Geländer rechts. Leute. Das ist so ein bisschen so ein Bug. So ein Speedrun-Taktik. Oh, bei mir, ich höre nicht mal auf. Okay, ich habe den gleich da auch. Hä? Okay. Hier sind diese Dinger, die hier. Die musst du halt rein. Ah. Ah, I remember. Das kenne ich doch irgendwann. Guck mal, was da hinten ist. Was? Oh. Blood is coming. Was? Ich glaube, ich kann den Permaagron, bis sie einfach rausgehen können. Ne, Moment, der verpistig. Ich bin wieder geagrot. Ich masterbaiting. War fertig gedreht. Ihr müsst so viele Dinger drehen, bis am Ende so ein Alarm kommt. Dann öffnet sich so eine Tür, glaube ich. Ich glaube, ich habe die Alarmtür gefunden. Was ist jetzt hinten links? Ah, ich habe die Alarmtür gefunden. Blood canter vom Spawn. Da halt rechts gibt es welche, da links gibt es welche. Das ist halt der ganze Raum. Das ist eine gedreht von. Was? Ja, ich bin recht lang gelaufen, tatsächlich. Ah, Mann, du bist ja tot. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich würde schon wieder von so... Ah, Dicker Daniel, was denn ist für eine Blöde? Ja, einfach erschrecken oder ein Gehen. Ist doch nicht das Letzte? Lass hat mich gefunden und ich kann nicht wegleiten, weil... Aua. Ich höre eine Alarmlage. Ja, dann war das die Tür. Ja, jetzt weiß ich, die Lampe auch brühen. Mach den Alex und er trink mich. Wie komme ich nach unten? Ich muss doch durchtauchen. Wie tauche ich mit weh? Ey, den Ort kenne ich irgendwo her. Nein, den Ort kenne ich. Lass mich gucken. Ah! Muss er scheißen? Bunny, ist er denn? Nee, ist kein Bunny. A shit room. Okay, warte kurz. Ich war ja gar nicht traurig. Okay. Escape the shit room, Juni. No, see, here. Ach, geht schon los? Guck, hier ist die Anleitung. Damn. Ich bin sneaky schon? Wie war's sneaky? Ach, muss ich auch noch gedrückt halten. Nun, was geht mein Herz so ab? Er hat grad geschnüffelt. Oder so. Er war doch grad in mir, oder? Dann komm ich hier rechts, ist ne Tür mit drei Schlössern. Und wir müssen jetzt quasi drei Schlüssel finden. Auf der linken Seite sind irgendwo drei Schlüssel in solchen Kisten drin. No legs. Fand er nicht so witzig, dass du grad den Schrank geöffnet hast. Immerhin darf man hier sich zur Seite lehnen? Ich bin gestorben. Ich bin erschrocken, Dicker. Ich hab einen Schlüssel. Wie viele haben wir schon? Ich weiß nicht, ob ich mein noch habe, weil ich bin jetzt gestorben. Ja, hat ihn. Okay, wir kannst jetzt hier. We can go to door. Töne der dich grad, oder chillt der in dir? Ja. Wer weint da, Digga? So. Jetzt in dem Raum sind Räume. Mit denen in die Räume kannst du laufen. Der kommt nicht rein. Und in jedem Raum, glaube ich, oder in den meisten Räumen ist ein Knopf versteckt am Ende. So ein roter Knopf, wenn du drauf drückst wird der grün. Die Tür ist halt wide open deswegen. Egal, das juckt dir nicht. Der ist so programmiert, dass er nicht rein kann. Ich kenn die Speedrun-Stats. Endlich, Knopf. Jetzt müssen wir wieder zum Anfang zurück bei dieser Tür, wo Bende ganz am Anfang war. Habt ihr alle? Ja. Ich hab grad gebuzzert. Räume 5 mal. Hat er nicht geübt. Ja. Da ist's. Wer an Theorie nur schnell genug ist, kannst du zum Ende laufen. Halt schon durch. Du kannst... ... kannst du auch so bisschen wie ein Backroofsball hier auf mir sehen. Sensation. Dann loslassen. Aber hier ist es ein bisschen anders. Dann nämlich. Oder ne, dann komm rein. Jetzt kommt noch rein, Alex. Ja, der klebt in mir drin. Ich möchte da runterjumpen. Nö. Schade. Weil du kannst auf der Reling so leiden. Ja, ja. Lol. Oder ja, hier ist eine Osterkugel. Hey, du hast die Osterkugel nicht mitgenommen. Ich bin durch die Tür. Oh, nee, bitte ist das nicht der Raum. Ja doch, das ist der Raum. Hier gibt es richtig viele Rohre und irgendein Rohr führt zum Ende und man sieht die Rohre irgendwie durch Glas oder so. Das ist ganz komisch. Hier ist so ein Ding, das geht nur darum, den Ausgang zu finden. Weit, ihr seid irgendwie weg. Ich bin die Treppe hoch. Ich bin stehen geblieben, ich laufe gerade aus. Das Ding ist cool, Level Fun ist hier extrem gut in dem Game. Das beste Level Fun ist jetzt, das gespielt hat in allen Bildblumengames. Hier sind die Gegner nur mit der Kamera und wenn du die anguckst, bleiben die stehen und so. Weißt du, die haben so voll die coolen Features. Ich bin locker, ich hab locker erst mal eine halbe Stunde gebraucht, um zu checken, warum ich die ganze Zeit, weil du stirbst einfach, du weißt auch nicht warum. Hey, ich hab's gefunden. Ja. Soll ich rein? Das ist gut. Lol. Wieso kann man in der Loading Scene pfeifen? Oh nein. Das erinnert mich an das Level, wo wir heute shapeshiftern. Das ist auch ein shapeshifter-Level. Sieht ihr dann wirklich auch aus wie wir? Ja. Lol. Aber ich glaub, du musst ja sterben. Na, schade. Alter, das ist laut. Voll den Hall, Alter. Weil irgendwo so ein lila Portal, da kommt man raus. Aber warte, den Part kenne ich. Das ist der Anfang. Wait. Rechts hat Cloudware gepfiffen. Ja, das ist keiner von uns. Mhm. Das ist tatsächlich keiner von uns. Ich bin wieder am spawnen. Ich spawn. Ja, da hinten rechts pfeifen wer. Ja, mir hat er auch weggepfiffen. Der hört uns. Er hört uns. Er ist bei mir. Blatt ist bei mir. Wie sieht Blatt aus? Weiß. Mit weißen Augen. Ja, dann lass ich links lang, oder? Irgendwo. Nee, geht gar nicht. Wir müssen bei dem da. Aber ich glaub, wo Blatt ist, ist der Ausgabe. Ja, ja. Guck mal, er ist Dorstag. Der Arme. Oh. Hier ist doch gut. Oh, Mann. Guck mal, Alex. Er hängt ja noch in den Sparks, Junge. Er wurde erstochen, Junge. Ist das geil. Guck mal, er blinzelt ab und zu. Imagine, jetzt kommt einer hinter dir und sticht dich einfach ab. Imagine, der wird gleich frei. Doch, ich hab's Portal. Du auch, Lex? Ja, da ist es. Komm wieder hin. Hier lang? Da, ja. Ah. Ich hab Wasser gefunden. Okay, okay, wir sind da. Lex? Geht rein. Ah, da. Ja, das ist auch da. Okay. Ja, das reicht. Jete, das reicht. Das reicht. Oh, jetzt ist wieder Level Run. Okay, wollen wir... Wann können wir kurz... Wann geht's los? Oh, ja, actually. Ja, das ist laut. Dega. Ich hör nichts. Das gewollt. Nee, bro, ich hab grad auf 0,1 gemacht und bin instant verreckt. Ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich glaub ich auch nicht, actually. Ist das geschafft? Ich darf nicht mitspielen. Ich muss noch Robots zahlen. Das ist das Katzien. Was? Ich muss euch spektraten. Ich spektrat euch jetzt schon. Wie er ineinander steht. Was ist? Ja, das ist die Bibliothek-Geg. Ja. Kenn ich doch. Wir müssen noch Code decipheren mit so Farben, die hier rumliegen in der Bibliothek. Hört der Windows-Sound! Na, guck mal. Komm mal mit hier her. Hier liegt so eine Kugel. In verschiedenen Farben. Gibt sie hier drin verteilt. Und du musst dir merken, wie viel es gibt von welchen Farben. Hm. Kack, du Kacke. Also eine grün. Eine gelb. Eine blau. Zwei grün. Eine lila. Das wird der Fall nicht dieselben noch mal sehen, ne? Mhm. Machst du's? Ich glaube. Lila hat mir eine. 6-1. Vorher statt mir keine. 7-0. Mhm. Ist falsch. Warte, ich mach noch mal anfang. Ich laufe jetzt eine ganze Runde. Gelb. Grün. Gelb. Grün-Gelb. Grün-Gelb-Blau. Grün-Gelb-Blau. Grün-Gelb-Blau-Lila. Grün-Gelb-Blau-Doppel-Lila. Echt? Zwei-Lila? Ja. Wo? Genau gegenüber davon ist noch eins. Komm, hier ist eins. Und... Hier ist eins. Oh mein Gott. Ah. Scheiß, ich fühl. Oh, das hat ein anderer Zaun das mal gemacht. Hm. Doch da. 9-159. Okay, Benni, jetzt kommt der spaßigste Party im ganzen Game. Wieso? Den wirst du gleich sehen. No Staff. Gleich kommt Zahlenkunde. No Entry. Staff only. Du musst dich so ein bisschen seitig was durchquetschen. I see, I see. Du bist, glaube ich, mir gerade auch komplett durch die Wand. Anti-Dickenloch. Bin bei dir. Toll. Ja, ich bin am Ende. Achso, hier durch. Ich dachte, jetzt kommt das Zahlenkunde. Ne, die kommt, glaube ich, gleich hier oben. Ja, ich bin drostock. Der hat der Fall geplatziert hier, Alter. Ich bin drostock. Ja, hier. Warte, ich bin auf dem Weg. Warte, wo ist das Buch? Komm, hier ist jetzt so ein Dings, so ein Zahlenpad. Was ist das Buch? Irgendwo ist ein Buch mit ganz vielen Zahlen. So, ich lesen, willst du lesen? Ey, hier auch Blatt, ach du Kacke. Ja, da steht, vielleicht da, wo irgendein Code, Code, da steht Code. Siehst du, da, wo Code steht? Da, wo Code steht, ist 2351. Hm, vielleicht. 2351. Was war da drüber? 3231. Auch nicht. 3249 ist da drunter. 3249. 0, 3, 1, 2. 0, 3, 1, 2. 3, 1, 4, 0. 3, 1, 4, 0. Oh, hübs, Hilfe. 3, 1, 4, 0. Oh, easy. Ich habe alle vorgelesen, weißt du, in der Reihenfolge von oben da unten. Ja. Halte Seite. Oh nein, jetzt wieder so. Yes or no? Ja, komm, du kannst dich rausbeziehen, wie. Was ist das nicht? Was? Stricker, aber yes. Booting. Wir booten. Wo bist du? Ah, du bist da unten durch. Nein, das ist halt noch nicht so crazy. Der End, warum es ist so klein und auch so klein? Weil der End ist nicht. I don't know. Spawnflex irgendwann wieder was ist jetzt, wenn man tot. Ich muss, ich muss zahlen. Ich bin legit im Pay-to-Play-Ding-Stuck. Wir können mal neu starten. Und quitten. Und saved. Störte. I have to unlock it. Ah, ich lebe es auf anlockt. Müsst du noch mal ran spielen? Ja. Oh, nein, es ist so laut. Oh, wir sind schon drin, Ticker. Ich warte die ganze Zeit, dass noch was lädt. Ich will jemanden kraulen. Sieht er uns? Genau. Dann glaube ich gleich dort. Der Dex ist hinter mir. Gut. Schön steppen. Gut oder schlecht? Immer in der Wand lang, Alex. Wir sind links. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist falsch. Juhu, bleibt der Tung oder so. Ich werde die ganze Zeit knurren. Ich glaube, wir haben ihn gerade auch gehört. Ich, äh. Blatt ist genauso schlecht wie ich. Was soll ich machen? Wo kommt das? Alexi, Alexi, Alexi. Ich glaube, Daniel ist tot. Ich habe mich im Schrank versteckt, aber das hilft anscheinend nicht, wenn er sieht. Ja, ich denke, wir haben etwas. Oder? Ihr müsst nach ganz hinten rechts und da ist ein Raum mit vielen Stühlen. Da geht es weiter. Ja, wir waren ganz viele Stühle. Ja, wir waren bei den Stühlen. Ja, da sind neue Gegner tatsächlich. Ich kann das alles nicht mehr. Wer denn? Was ist der grüne Punkt da vorne? Der grüne Punkt? War der hier? Ja, rennen. Ich habe ein Blatt gehört. Ich verstecke mich im Schrank, das ist bei mir. Und dann? Oh. Ja, hier. Ja, hier. Wo ist die hier? Nein, Lexi. Hier? Ja. Da. Ach, roter Punkt. Oh. Leider. Fertig. Das ist das, was du denkst. Wenn du willst du hin? Wo die ganzen Pfeile sind. Die sind Pfeile? Oh, okay. What the fuck? Oh nein, Daniel, ich erinnere mich. Ich esse jetzt wieder Chips und reg mich da im Nachhinein auf, dass ich es äh... Äh... ... erausschneiden muss. Untertitelung des ZDF, 2020